Miraculous Ladybug, nur im Disney Channel. Ich spüre die Wut eines Vaters, der von seinem Sohn betrogen wurde. Das perfekte Gefühl für mein Akuma. Bleib in der Nähe, mein kleiner Akuma. Flügel der Dunkelheit, falsch! Hm, wieso ist der Akuma noch hier? Ich muss mich in jemand anderen verwandeln, um sie wirklich zu täuschen. Das verstehe ich nicht, Meister. Noro, ich muss auf dich verzichten. Was? Zumindest vorübergehend. Komm her, mein kleiner Akuma, und verwandle mich. Ich heiße jetzt... ...Collector! Mein Buch der Inspiration ist mir weggenommen worden. Also erschaffe ich mir ein neues. Und vielleicht schnappe ich mir ein paar Miraculous, wenn ich schon mal dabei bin. Mein Vater ist meinetwegen sehr wütend. Ich muss ihm das Buch zurückbringen, damit er mir vergibt. Muss ich dich daran erinnern, dass du Hausarrest hast? Das gilt für Adrien, aber nicht für Cat Noir. Plagg, verwandle mich! Oh, Mann! Cat Noir, ich denke, ich weiß, wer Hogwarts ist. Schwing deine Schnurrhaare her, schnell! Wow! Das Zauberspruchbuch muss wohl noch warten. Nathalie, du wirst die erste meiner vielen Inspirationen sein. Monsieur Agreste? Ab jetzt nennst du mich Collector! Adrien, ich habe eine Sammlung, die würde ich dir sehr gerne zeigen. Ich bin Nadja Schamak und äh... Da das Buch, das mein Leben inspiriert hat, weg ist, nehme ich jetzt eure Leben, um ein neues Buch zu füllen. Bürger von Paris! Was für ein inspirierender Gedanke, Ladybug und Cat Noir für immer auf diesen Seiten gefangen zu halten!